Ich liebe die italienische Küche. Sie kommt aus einer Tradition, wo Essensreste benutzt wurden. Und heute habe ich zufällig altes Brot da. Ein leckeres Rezept für euch. Ich bin Barbie und mit dem alten Brot machen wir heute gefüllte Kalmarin auf Erbsencreme mit Süßkartoffelchips. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich warte Erfolg für ein neues Rezept auf meiner Seite. Mit Liebe, guten Appetit! Untertitelung des ZDF, 2020